Jesus hängt im Todeskampf am Kreuz. Die Bühne verdunkelt sich und Jesus rief mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach, als Jesus wusste, dass nun alles zu Ende geht, sagte er, Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Dann neigte er den Kopf zur Seite und starb. Jesus, stell dir diese Szene genau vor. Du hängst sterbend am Kreuz. Die Jünger sind weg, die Soldaten haben sich verzogen. Der Einzige, der dich noch retten kann, ist Gott. Und Gott hört dich nicht. Dabei hat Jesus doch Gottes Willen erfüllt. Warum musste er trotzdem am Kreuz sterben? Richtig. Es ist schwierig zu verstehen. Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre das einfach nur unbegreiflich und unfair. Aber vergiss Jesu letzte Worte nicht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gott hat Jesus nicht verlassen. Er bestraft ihn noch nicht. Jesus vertraut ihm voll und ganz. Bis zum Ende. Gott hilft mir auch in schweren Zeiten, deine Gegenwart zu spüren. Sei bei mir, wenn ich mich alleine fühle und planlos bin. Ich bitte dich, sei bei mir, wenn nichts mehr geht. Amen. Meine Angst, meine Schuld, meine Wut. Nichts ist gut, meine Last, meine Hass, mein Leben ohne Rast. Mein Blick ist eng, ich fühl mich gedrängt. Mein Wunsch, mein Ziel scheint zu hoch und zu viel. Ich hoffe, in Zukunft bleibt mich diese Dunkelheit. Auch wenn das Leben mir nicht immer helles Zeit. Vergib mir meine Schuld und klopf an meine Tür. Dann mache ich dir auf und meine Seele auch. Es fühlt sich ein Weg.